Was geht ab liebe Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Battlefront Kampfläufer Angriff auf wie heißt die Map M Ich glaube die heißt Wüsten Map 2 Ja ich glaube das war der Name Der exakte Name Und Yes was geht Schnell da rein Schnell da rein Und jetzt ist Mission Mindestens 17 Kills mich nicht schaffen Schaffe ich es oder nicht Das ist die Frage Ich glaube zwar nicht Ich bin richtig eingerutscht Ich bin der schlechteste Spieler der Welt geworden Innerhalb von Zwei Wochen Ich schaffe es nicht mal mit einem 80-80 ein Kill zu machen Weil ich ein Stück Scheiße bin anscheinend Alles klar viel zu scheiße gezielt Das war auch gar nicht meine Absicht eigentlich Zieht euch das rein ich bin zu doof Ein Scheiß Kill mit dem Ich mach nicht einen einzigen Kill damit Guckt euch das an das Visier zeigt doch die Ficker an Ey aber ich treff sie einfach nicht Es ist höchstgradig peinlich Wuhuuu Ok jetzt ist es Jetzt ist nicht mehr peinlich Jetzt habe ich mindestens einen Kill geholt Ich bin so schlecht Ich bin der schlechteste 80-80 Spieler Der History Ach du Kack Geh dich vergraben Das meine ich Der Ofen ist mal raus Die Luft ist raus Ich bin so scheiße geworden einfach nur Alles vorbei mit Star Wars Alles einfach vorbei mit Star Wars Man merkt es bei uns allen ist die Luft raus Ihr habt auch keinen Bock mehr drauf Jeder schreibt immer wieder rein Hör auf mit der Scheiße Verpiss dich Du kannst nichts Wir hassen dich Du bist kacke Du stinkst Du bist hässlich Ich hab dich letztens gesehen Du bist tatsächlich hässlich Ja man ich auch Er ist wirklich übertrieben hässlich Ich konnte ihm nicht mal ins Gesicht gucken Aber es ist wie ein Unfall Du musst Und so weiter und so fort Du bist auch nicht so cool wie Granatengott Johnny Der ist auch nicht mehr cool Wir hassen dich Und so weiter und so fort Die ganze Zeit geht es nur noch so Ach es ist bald vorbei Leute Das hat keinen Sinn mehr Das hat keinen Sinn mehr Man sollte es sich eingestehen Weißt du wenn Die Zeit von einem gekommen ist Dann sollte man es auch nicht so lange ziehen Weißt du Lieber kurz den schmerzlos machen Nicht wie beim Sex Da seht ihr Der frühere Marcel hätte ihn geholt Er hat ihn geholt Er hat ihn weggemacht Er hat den nächsten weggemacht Er hat sie beide ausgelacht Dreckig Richtig dreckig hätte sie ausgelacht Aber der neue Der schafft es nicht Der kann gar nichts Nix kann er 6-2 Und er hat eine 80-80 Phase dabei Das ist doch Hör auf Junge Hör auf mit dem Spiel Du kannst es nicht Du kannst das nicht Ohhohoh inhalt Du willst es? Okay. Ja, Granaten-Go-Johnny hätte den geholt, aber ich nicht. Der hätte den geholt. Neeein! Fallout-You-30, oh Gott. Was kann der Typ eigentlich? Verteidig den Kampfläufer, bis seine Schilder wieder online sind. 9 zu 4. 10 zu 4, eis, es wird immer schlimmer. 4. Granaten-Go-Johnny! 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. Call of Duty? Okay. Obwohl ich das bei diesem Snyder noch wenigstens verstehen kann, dass man die Leute noch wegholen kann im Nahkampf. Bei Call of Duty ist es einfach der größte Abfall. Aber ist egal. Das ist ein Thema für sich. Aua. Das tut weh. Was hab ich gesagt? Wie geht's für die Schoffen? 17. Nicht mal die schoffe ich. Ich werde nicht mal die schoffen, wahrscheinlich. Wieviel habe ich jetzt? 11. 12. 13. 15. 16. Foggy, was ist denn das für ein Namen, sag mal? Was ist, wo bin ich hier reingeraten, sag mal? No risk, no fun. Da ist die dreckige Lache wieder, ach ja. Obwohl es geht ja eigentlich nur, wenn ich Granatengau, Johnny, bin. Ist auch krass gewesen bei diesem Best-of, viele von euch haben es ja auch reingeschrieben, was ich für eine dreckige Lache habe. Das ist mir selber erst dann aufgefallen. Aber ja, wenn man sonst nichts im Leben hat, hat man wenigstens eine dreckige, hässliche Lache. Natürlich nichts gebracht. Den da hin, ey. Den erwischt es jetzt. Tatsächlich! Wer ist der Beste, Alter? Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Scheiße, hätte ich den erwischt, das wäre krass gewesen. Ich bin der Beste der Lobby, ich bin trotzdem scheiße einfach. Ich fühle mich einfach, ey, ohne dass es ist einfach wirklich so, ich übertreibe jetzt nicht. Ich bin einfach schlechter geworden, das ist einfach ein Fakt. Das ist einfach ein Fakt. Schilde werden reaktiviert. Der EDIT ist den Rebellen schutzlos ausgeliefert. Verteidigt ihn. Komm zurück, das ist die falsche Richtung. Abliegstationen geortet. Sofort vorrücken. Bin dabei. Ey, dieser Latz, tut den bitte auf die Liste. Dieser Penner geht mir so hart auf den Sack. Meine Fresse, Alter. Hatte der denn Schutzschild ein Unsichtbares oder was? Was war das? Der hat gar kein Schaden kassiert. Ich habe den offensichtlich in seine hässliche Pickelfresse geschossen, Mann. Was war das? Was zur Hölle war das? Ey, Leute. Ankl acontecer. Oh, das sind wir nicht? Ich habe ein Schaden. Ein Schaden. Das sind die Schaden. Nein. Ich bin Enter. Ja. Denn. Nein. Ja, Jam Boy, Alter. Du bist sowas von tot, Junge. Wir müssen diesen Uplink abschalten, damit die Rebellen unsere Kampfläufer nicht mehr attackieren können. Warum rede ich eigentlich von mir in der dritten Person? Aber in der Vergangenheit bin ich einfach schizophren oder was ist los mit mir? Ohne Scheiß. Ich bin ein bisschen zu sehr Deadpool-Fan. Mr. Mojo Re... Oh, Gott. Okay. Rana, Johnny! Nee, absoluter Bullshit. Okay. Ich versuche gerade so ein bisschen rumzutesten mit dem Adrenalin-Ding. Aber anscheinend kann man seine Lebensleistung nicht übertakten, ne? Er gilt nicht. Man kann die nur instant plötzlich auffüllen wieder, ja? Muss man ja auch wissen, ne? Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Das ist normal. Jetzt bist du an der Ja. Oh my god Du bist ein richtig geiler Typ Oh, ich werd angeschossen, ich schnell den Schotschillen bin Oh Gott, Alter, dieses Schotschill war Das braucht erstmal 33 Jahre, bis das ausfährt, das Scheiß-Truppschild Ach komm, nick mich doch, ey Was ist denn los? Warum laufe ich in die falsche Richtung? Was ist los mit mir? Was ist das? Habt ihr das gesehen? Feindlicher Ablink deaktiviert Feindkontakt möglich Auf die Liste mit diesem Stück Dreck Auf die Liste mit diesem Stück Dreck Feindliche Einheiten in der Nähe Wir haben ihr Signal unterbrochen Macht weiter Druck auf diese Rebellen Die Wildwings der Rebellen greifen an Feindliche Spieler attackiert in AT-AT Die Webellen wollen unseren Kampfläufer zu Fall bringen AT-AT braucht Luftunterstützung Der Kampfläufer steht unter Beschuss Er ist für diesen Angriff entscheidend Zieht ihr Feuer auf euch Habt ihr gesehen, er hat einfach keinen Schaden von meiner Granate wegge... Also, der hat gar keinen Schaden von der Granate bekommen Habt ihr das gesehen? Hat man das gesehen? Der stand einen Meter vor einer Granate entfährt Der hat überhaupt gar keinen Schaden genommen Okay, cool Mit dem unsichtbaren Schildaktion vorhin Und das? Nicht schlecht, also gefällt mir richtig gut Alles klar, ich bin der Beste der Lobby Ich krieg nicht ein einziges... Ich krieg nicht mehr MVP, okay Alles klar Ja 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 Ja, Leute, das war's dann Ich danke für's Zusehen Auf... Äh... Zusehen, ja, genau Und auch für... Ein immer wiedersehen, Leute Das war's mit Star Wars Für immer Nee, Spaß Bevor das jemand wieder glaubt Wir hören uns beim nächsten Mal Haut rein! Bis zum nächsten Mal